Okay, wieder dieselbe Karte. Jetzt warten wir noch auf ein paar mehr Mitspieler, denn ja, wir sind nur nicht nur die... Wow, hey, Sackwatte. Die verzieht ganz schön hier. Muss ich mir mal was überlegen. Nimm, Säme. Ah. Yo. Haha, voll erwischt. Aber ich habe ihn nicht gekillt, blöderweise. Na. Wollen wir doch mal sehen. Ich hätte mal vielleicht ein bisschen ranzoomen sollen. Also mit anlegen. Aus der Hüfte ist das immer ein bisschen... ...schwierig, würde ich mal sagen. Wow. Das war krass. Headshot Double. Was? Hä? Seit wann war der denn noch da? Alter. Wow. Das war jetzt hart. Jetzt hängt es wieder. Ah, jo. Ich habe übrigens die Einstellungsfehler gefunden. Ich hatte auch... Hatte auf 4 zu 3, glaube ich, eingestellt. Gehabt. Jetzt ist er auf 16 zu 9. Jetzt sieht das wieder einigermaßen human aus. Nicht so komisch verreckt wie sonst. Wie vorher. Ein bisschen mit Granaten um mich gebrochen. Wow, 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 wow. Nein. Ach, komm schon. Mit zwei Leuten. Und neben mir steht noch einer und der kriegt sich über den Haufen geschossen. Oder wie jetzt? Hey, 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 hey. Wow, wo ist der? Ach, schaffst du, nein. Weißt du, ich ziele im Moment in den falschen Momenten. Das ist echt ein bisschen nervig. Richtige Ecke. Der schießt da auch nicht. Wow. Vergesst es. Nein. Nein, nein, nein. Hat er mich echt nur mit einer Axt erwischt, ey. Und dann auch noch mit einer Black-Eis-Axt. Oh Gott. Leute, Leute. Bin ich heute schlecht. Wo muss ich mal ein anderes Ding mal aufnehmen hier? Wow. Arschgeil. Ich habe ja die... Wieso habe ich das überhaupt gemacht? Da lagen doch die Toten schon rum. Nein, warte. Nein. So bleibe ich dabei. Dann ist gut. Warte. Nebel. Vier, vier. Lend. Wow. Ist ja vielleicht ein Sack hier. Gibt ja... Kommen die zu dritt? Was ist denn los hier? Oh Mann. Tango down. Ich sehe die ja mal gar nicht. Frag out. Feuer in the hole. Na. Auf geht's. Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Ich wollte doch nur nachladen. Was? Nein. Eins. Reload. Oh mein Gott. Na komm, John. Hahaha. Das ist zwar jetzt total mies gewesen, aber... Oh, das war ein Glückstreffer. Na, dann wollen wir den mal hinterher retten. Durch den Kopf gezogen und... Hat der mich gerade geschoben? Hat ein Drecksack. Man schiebt doch keine anderen Spiele. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo kommt das denn her? Reload. Vier. Schaut alles so lang. Wow. Wo kam der her? Nein, der ist doch mal... Naja. Ach. Na. Naja. Naja. Hier ist schon mal niemand. Da kann man mal in Sicherheit... ...durch die Gegend rennen. Okay, das war jetzt, äh... Nicht Mist. Alter, versteckt der sich echt da hinten? Wollen... Dann wollen wir den uns doch mal holen. Ich meine, der müsste ja immer noch da hinten sein. Theoretisch. Was? Oh nein. Was? Wieso hab ich den denn überhaupt nicht getroffen? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Irgendwie. Ich bin wahrscheinlich gerade mit dem Sniper-Knopf entgangen. Äh. Bin jetzt voll still. Na ja, klar. Ähm. Vielleicht hab ich damit ja mehr Glück. Ähm. Man kann's probieren. Aber... Ich müsste auch eben dementsprechend reagieren. Wow, wow, wow. Nein! Mit der Pistole! Was ist denn los im Moment? Was ist denn los im Moment? Das wird schneller gemacht. Ich glaub schon. Ich muss, glaub ich... 3000 DPI. Ja, das... Ich finde das schon besser. Okay, so funktioniert's. Nö, der hat ne... Dings... P90 oder was war das? Ich kann mal gar nicht... Wie will's denn aus? 7712. Das ist nicht so gut. Ich... Müsste hier unten... Nein! Ja, immerhin da. Immerhin gleichzeitig. Ach ja. Vielleicht sollte ich mal wieder mit dem Sniper probieren. Hm. Aber... Nee, Sniper hier noch nicht. Darf ich nicht anschreiben? Ist der gerade rückwärts runter? Nein, was ist das denn? Ach, nö, nicht die... Die Doppel. Ah, Mann, oh Mann. Irgendwann. Was ein Käse. Gerade läuft's... Überhaupt nicht gut. Haha. Wir sind ein Käse. Ja. 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 Genau. Ja. Vielen Dank.